Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Unity. Bestimmt hat sie meine Einladung nur verlegt. Ich komme da schon rein. Ah, wie spät? Ist spät. Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Dann warte ich einfach hier. Ich will aber nicht warten. Wo kommen wir denn da hin? Schön. Schön. Ich schiebe ihn einfach unter der Tür durch. Er wird ihn sehen, wenn er zurückkommt. Ich gehe lieber erst, wenn der Brief angeben ist. Was haben wir bekommen? 100 Fr. So, so. Äh, wo, wo lasse ich den zurück? Ah ja, genau. Ich sitze jetzt, weiß ich da. Hier an der Tür. Hier an der Tür. Lass mich dir das abnehmen. Vielen Dank, junger Mann. Entschuldigung bitte. Dürfte ich Ihnen das abnehmen? Und geklaut. Sehr schön. Na so machen wir doch schon etwas mehr, Herr. Haben wir keinen Hut? Tze. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Pingen wir uns mal den Weg frei, hier. Vier Runden, vier Sieg mit der. Oh, da haben wir ja gerade noch mal Glück gehabt mit dem Ausweichen. Okay, Cooldown, 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 Cooldown. Da vorne sehe ich Wachen. Entschuldigt bitte, entschuldigt bitte, entschuldigt bitte. Okay. Ähm, gut. Frage ist, wie kommen wir von hier aus weiter? Gute Frage, nächste Frage. Dann pingen wir mal. Okay, die interessieren sich nicht dafür. Gucken wir mal unseren Schatten an. Im Prinzip. Okay, pingen wir noch mal. Gut, gut, ich versuche das jetzt einfach. Ähm, haben wir irgendwelche Waffen? Oh Gott, okay, ähm, zu kompliziert. Okay. Ihr könnt mich mal. So, sehr schön. Das klappt auch soweit ganz gut. Dafür muss ich... Pingen wir mal. Was, 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 was. Nein, nein, hier war nichts. Nichts passiert, nichts passiert. Das klappt. Ist endlich Schichtwechsel? Nein, komm zurück auf dich. Was für ein komischer K... Oh Mann. Aber wir haben wohl den einen Typen niedergehauen. Mensch, ach das gibt's doch nicht. Also es ist doch gar nicht so einfach, wie man sich das denkt. Oh, oh Mann. 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 Nur das ist jetzt hier nicht vor uns, ne? Ist das richtig? Jawohl. Schön. Dann können wir jetzt hier weiter... Ist endlich Schichtwechsel? Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Ah, die Herrschaften. Ich erinnere mich gar nicht mehr, weil wir alle so zusammen waren. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ey, du da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, das gibt's, ach da vorne geht's weiter. Mensch, 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 Mensch. Ja, ich bin gerade etwas ruhig, weil das ist natürlich auch mein erstes Fate hier. Gut, gut. So, so. Unsere liebe Elise ist da vorne. Warum hat sie schwarze Haare? Warum hat sie jetzt auf einmal rote Haare? Und warum kann ich nicht rennen? Oh. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Trägst du etwa einen Anzug meines Vaters? Trägst du etwa einen Kleid? Fang bloß nicht an. Ich fühle mich wie eine Mumie in diesem Ding. Muss ein wichtiger Anlass sein, wenn du dich so rausputzt. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Geh, ich lenke sie ab. Du wirfst mich hinaus? Es ist kompliziert. Ich erklär's dir später. Aber nun zum Fenster raus. Oh, nein, nein, nein. Das wird nicht wieder so laufen wie damals im Apfelhain. Sei nicht so ein Kleinkind. Dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los. Das war gar nicht das Billardzimmer, oder? Wir verfolgen ein langes Jahr, Mademoiselle, der Fertz. Blutgut. Hätte aber auch dringend jetzt. Zeitverschwendung. Hier draußen ist... Verschwindet ihr? Das wäre echt super. Hör dich um. Geht doch. Geht doch. Fingen wir mal. Scheint aber alles frei zu sein. Ah, gedrückt halt denn. Und wenn wir gedrückt altern, dann kommen wir auch an den Wachen vorbei. Okay, jetzt bin ich schon mal ein Tor weiter. Mein Gott, er hat Zier de la Serre getötet. Okay, ja gut, okay, damals war ja noch nicht unschuldig bis zum Beweis der Schuld. So, so. Nun lade, lade schneller. Oh, dass das noch nicht im Griff ist, ne. Dass das schon im Hintergrund lädt irgendwie. Na, weiß ich auch nicht, ob ich das so gut finde. Aber sei's drum. So. 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 Nein, ich, ich war es nicht. Stamiel hatte das Messer. Bitte, hab Gnade. Die töten uns. Oh Gott, hab Gnade. Sie töten die Gefangenen hier drinnen. Das reicht jetzt, du Perverser. Wo bin ich? In der Hölle. In der Hölle. So, so. Und wisst ihr was? An der Stelle machen wir dann auch einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Kommentar bzw. eine Bewertung da. Ich freue mich über beides und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin, haut rein. Bis dahin, haut rein.